recht herzlich willkommen zur 92. folge von towns ja letztes mal was haben wir letztes mal gemacht ich weiß es auch nicht mehr aber irgendwie haben wir hier unten was gemacht da haben wir den raum weiter gebaut genau aber wie ich schon sehe können wir das hier erstmal destroyen weil uns fehlt ja irgendwie licht in der hütte da müssen wir noch zwei kerzen aufstellen und das geht ja nicht anders erst die kerzen dann der raum machen wir da eine hin und ich glaube wenn wir da einen machen ist das auch hell gut zurück zurück türen hier kann man auch zwei einbauen einmal da und einmal da passt so weiter zu den wänden wie sieht es da aus ok können da auf jeden fall einen hinsetzen weil die können ja über das dach dahin laufen die beiden auch dahin und da fehlt hier nur einer dass es klappt oh nee das müsste schon gehen jetzt genau weil da ja schon einer ist der hält dann von da eine stufe schneller mal rad machen den hat er dahin gesetzt auch gut tür kommt schon sind wir jetzt auch noch wieder dunkler im raum hier hinten können wir jetzt auch was lang ziehen da ist auch ein passender stein reingekommen und shift hast du nicht gedrückt wenn der da rein kommt dann kann ich hier auch ziehen ok und der kommt da hin falsche seite so komm schon die bauen alle diese seite ich hätte gerne eine andere seite wo sind sie kommt keiner mehr mit holz doch da aber die bauen auf dieser seite das alles an wir brauchen das auf der anderen seite ja da kommt einer und bringt den passenden so zu machen und shift hast du nicht gedrückt eben der kann da auch hin dann da kam gerade einer wo hat der denn hingesetzt da vorne ah guck mal dann können wir auch hier die tür machen den sturz über der tür ok da fehlen noch drei jahre drei wird gehen da waren gerade zwei oder wie sehe ich das da ist ein held gekommen noch einer mit dem stein ok die kommen jetzt alle rüber weil von dieser seite können sie nehmen der passt auch der geht auch da noch einer rein und dann können wir diese reihe auch ziehen auch erst mal ausgewählt so geht schon da kommen auch noch einer wieder und noch mehr machen sie schon richtig gut da hinten fehlen zwei passt wenn der eine sitzt kann ich zumachen da kommt er aber falsche stelle der auch hier vorne wird es gehen und da geht es jetzt auch so noch eine reihe dann dazwischen dann ist alles erledigt dafür fehlt jetzt noch einer um die zu setzen der da nämlich nicht mehr angewählt und der ist gerade gekommen und damit ist es zu können sie weiter buddeln ja gut wunderbar hier unten sind die kerzen drinnen das bedeutet wir können auch das wieder hier einstellen das war prepared food nochmal so dann kann das fertige essen auch da rein vielleicht sollten wir hier einen durchbruch noch machen unlock ja dann können die vom essensraum auch in den lagerraum macht sinn oder wir können auch den stein da weg nehmen für hier oben mal schauen ob das einer macht so sehe ich es nicht muss so machen ja happiness 22 ist nicht gut hier oben wird es gerade auch nicht zu ende gemacht aber da kommen zwei leute mit stein da flitzt da flitzt einer so schnell ne doch nicht den da wegnehmen der ist gerade der auch komm schon mach mal einer den kreuzstein da weg auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht die essen alle da ist auch wie sieht es überhaupt aus mit essen zehn brote ein apfel aber wir müssen obst machen geht auch super ja keiner will diesen stein da weg machen dach ist zu ok dann soll uns da was anderes einfallen lassen komm den da hin sofort da weggenommen unlock und den machen dann auch oben hin dann passt das der ist auch weg dann gibt es da noch eine tür da da dort wunderbar passt gut tür ist fertig raum ist fertig ins lager ist auch angedacht dass das lager wird wird gut sieht man dann auch so wie sieht es aus mit gut 9 12 28 geht was machen unsere leute mit happiness 31 ist hochgegangen das ist auch super passt also ziemlich alles so weitere aufgaben hier haben wir holz wir können ja auch automatisch das mit dem sag schon obst machen dafür müssten wir mal ein paar rein ne das war jetzt falsch den wollte ich obstbäume machen da ist irgendwas in der pause ein angriff wieder der ist ja riesengroß der angriff also keine sorgen und das war auf falschen ecke das gold da schon die erste person da und macht das das bedeutet wir können auch hier das schon aufrufen machen eine reihe äpfel und eine reihe bierne ja komm egal machen wir da die bierne und da auch passt schon vier extra felder die tür ist gerade gekommen wunderbar mir passiert jetzt gerade nix wieder runtergegangen happiness auch schade da ist noch ordentliche arbeit jetzt dran wie viel haben wir denn bei äpfel und bieren eingestellt müsste hier sein da sein dann machen wir doch mal zehn daraus passt das ausmachen das können wir auch ausmachen dann geht das fenster doch weg unten können wir lassen der erste baum ist gepflanzt na was kommt zuerst dran bestimmt die bierne genau so ist es zwei bierne dann schalten wir auf bierne um und warten nicht äpfel sind aber schon gepflanzt die apfelbüsche strauchäpfel oder was sind das dann gut ja da müssen wir dann in der nächsten folge hier am ball bleiben wenn ihr das dann umgraben dass wir das fertig machen und ja ich würde mich recht herzlich freuen wenn ihr wieder mit dabei seid und sagt dankeschön bis zum nächsten mal tschüss tschüss